In diesem Video möchte ich dir die Sammlungen in Microsoft Edge vorstellen. In einem meiner Videos habe ich dir bereits die Profile in Microsoft Edge vorgestellt. Die Profile erreichst du hier über den Profilbutton und kannst hier zwischen verschiedenen Profilen wählen. Ein Vorteil dieser Profile ist, dass deine Sammlungen über verschiedene Geräte hinweg synchronisiert werden. Einen kleinen Einblick über die Sammlungen möchte ich dir nun hier geben. Das Symbol für die Sammlungen findest du links neben dem Profilbutton. Öffnest du diese Sammlungen, siehst du, dass ich noch keine Elemente meinen Sammlungen hinzugefügt habe. Bei mir ist dieses Sammlungfenster an der rechten Seite angepinnt. Möchtest du das nicht, kannst du das mit der Pinnadel lösen und es erscheint hier ein normales Fenster, klickst du wieder in den Browser, verschwindet dieses Fenster und du musst es wieder separat öffnen. Zu Demo-Zwecken werde ich die Sammlungen nun aber anpinnen. Ich habe hier bereits eine neue Sammlung. Wenn ich diese öffne, kann ich sie mit einem Klick auf den Namen umbenennen. Zum Beispiel Mathematik, Rocks und so alle Dinge, die zu meinem YouTube-Kanal gehören, in einer Sammlung aufbewahren. Im Hintergrund siehst du die geöffnete Playlist meines Crashkurses. Möchte ich diese Webseite nun in den Sammlungen ablegen, klicke ich auf aktuelle Seite hinzufügen und schon wird diese Webseite meiner Sammlung hinzugefügt. Mit einem Klick auf das Häkchen könnte ich nun diese Auswahl kopieren, ich könnte dieses Element teilen und ich kann es auch wieder löschen. Möchte ich eine neue Seite hinzufügen, beispielsweise mein Video zum Thema Runden von natürlichen Zahlen, klicke ich wieder auf aktuelle Seite hinzufügen und auch dieses Element wird meiner Sammlung hinzugefügt. Du bist hier natürlich nicht nur auf eine Sammlung beschränkt, sondern indem du hier auf Zurück klickst, kannst du auch eine neue Sammlung starten und ich könnte hier eine Sammlung für verschiedenste Unterrichtsideen anlegen. Wenn du bereits mit Profilen im Microsoft Edge arbeitest, hast du nun den Vorteil, dass diese Sammlungen über die Synchronisation auf allen deinen Geräten immer auf gleichem Stand gehalten werden. Bis jetzt erinnern dich die Sammlungen wahrscheinlich etwas an die altbekannten Favoriten. Nun möchte ich dir aber ein paar Features zeigen, die die Sammlungen doch von den Favoriten unterscheiden. Am oberen Rand siehst du hier eine kleine Notizecke. Klickst du darauf, wird deiner Sammlung ein Notizfeld hinzugefügt und du kannst in deiner Sammlung eine Notiz speichern. Ich speichere mir hier zum Beispiel nun die Adresse meines Crashkurses und mit einem Klick wird das nun gespeichert. Klicke ich auf die Notiz, kann ich auch die Farbe der Notiz ändern und kann sie auch formatieren, beispielsweise mit vorgefertigten Größen, Aufzählungen, Unterstrichen, Kursiv oder auch Fett. Möchtest du nun diese Notiz an den Anfang deiner Sammlung stellen, kannst du diese Notiz einfach mit Drag & Drop verschieben und sie ist nun hier am Anfang zu finden. Über das Drei-Punkte-Menü deiner Sammlung hast du nun auch die Möglichkeit, deine Sammlung beispielsweise an Excel, OneNote, Word oder auch an Pinterest zu senden. Ich sende meine Sammlung nun einmal an Word. Es öffnet sich nun ein Word-Online-Fenster. Die Überschrift dieses Word-Dokuments ist der Name meiner Sammlung, hier ist die Notiz und die beiden Webseiten, die ich bereits als Link gespeichert habe. Und so könntest du diese Sammlung auch digital weitergeben. In diesem Drei-Punkte-Menü hast du auch noch die Möglichkeit, deine Sammlung zu sortieren, entweder nach Namen, nach Erstelldatum oder nach zuletzt verwendeten Elementen. Du bist beim Arbeiten mit Sammlungen allerdings nicht nur auf Links oder Notizen beschränkt, sondern kannst auch noch andere Dinge deiner Sammlung hinzufügen. Ich habe hier nun das Forscherbild meines Arbeitsblattes zum Thema Runden geöffnet. Möchte ich dieses Bild nun meiner Sammlung hinzufügen, kann ich es einfach per Drag and Drop nehmen und in die Sammlung hinzufügen. Wichtig ist, dass du das Bild hier direkt unter dem letzten Element hinzufügst, das wird dann mit einer blauen Linie gekennzeichnet. Lasse ich die Maustaste los, ist dieses Bild nun eingebunden. Indem du das Bild markierst und auf das Löschen-Symbol klickst, kannst du es auch wieder entfernen. Es gibt auch noch einen zweiten Weg, wie du das Bild deiner Sammlung hinzufügen kannst. Du klickst mit der rechten Maustaste auf das Bild, wählst dann zur Sammlung hinzufügen, wählst die Sammlung, in der du das Bild hinzufügen möchtest, in meinem Fall Mathematik Rocks und schon ist das Bild der Sammlung hinzugefügt. Zusätzlich kannst du auch Textausschnitte deiner Sammlung hinzufügen. Ich habe hier den Wikipedia-Artikel zum Thema Runden, markiere mir hier nun einen Teil des Textes, klicke mit der rechten Maustaste auf den Text, zur Sammlung hinzufügen, Mathematik Rocks und schon ist auch dieser Text meiner Sammlung hinzugefügt. Über das 3-Punkte-Menü deiner Sammlung kannst du nun auch noch Zitate anzeigen lassen. Hier findest du dann fünf Voreinstellungen. Ich wähle hier die erste Voreinstellung und wenn ich nun über das 3-Punkte-Menü meine Sammlung an Word sende, siehst du beim Textausschnitt nun auch darunter den Literaturnachweis. Einmal hier für das Bild, das ich abgelegt habe und darunter auch für den Textausschnitt aus Wikipedia. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video einen kleinen Einblick geben, wie dir die Sammlungen in deinem Alltag unter die Arme greifen können.